Hallo! Ich habe gerade ein Paket abgeholt von der Parkstation und weil die liebe Christina, mit der habe ich schon mal ein Tauschpäckchen gemacht, das verdenke ich euch in meiner Infobox, hat mich gefragt, ob ich nochmal eins mit ihr mache, weil sie hätte wohl ein paar Sachen für mich gesammelt. Voll süß, oder? Ja, und da ich aber jetzt letztens so negative Erfahrungen gemacht habe mit meinem letzten Wandertauschpaket, ich fand es ja schön, aber die Zuschauer von der lieben Melanie fanden das wohl nicht schön, was ich ihr geschickt habe. Ja gut, aber nichtsdestotrotz habe ich dann halt geschaut, was ich von den Sachen von Melanie abgeben könnte und der Christina schicken würde und was ich noch von meinen Sachen habe. Ich möchte dazu sagen, ich habe irgendwas am Mund, ich muss dazu sagen, es sind ja benutzte Sachen, wir kaufen ja keine neuen Sachen, also heißt das so viel wie, die sind nicht auf den Typen des Anderen abgestimmt, sondern auf meinen Typen, weil ich habe mir Sachen gekauft, die für mich in Frage kämen und nicht für jemand anderen. Deswegen sind das Sachen, die eigentlich zu mir passen, aber die mir halt nicht mehr gefallen und die man dann weitergibt. Also auch bei Melanie, ich habe nun mal keine Sachen, die anderen Typen stehen, sondern mir und das war halt das, was wahrscheinlich bei den Zuschauern von Melanie nicht so ganz ankam, dass ich jetzt nicht eingekauft habe für Melanie, sondern einfach die Sachen aussortiert habe, die ich nicht mehr benutze oder die mir nicht gefallen und hat Melanie die geschickt und ja, egal, da war halt so eine Diskussion. Ich mache dieses Paket jetzt auf, weil es soll ja wieder ein Unboxing sein. Ich glaube, die liebe Christina, die hat mir, glaube ich, Ziegelsteine eingepackt, weil dafür, dass das Paket, das ist so, ganz normale Größe, aber es ist voll schwer und ich kriege es nicht auf. Süße Schere, ne? Die gab es bei Aldi, so grau mit türkis. Doch, es geht. Es ist offen. Und auch süß, schaut mal, das sieht ja niedlich aus. Also alles so, wir haben jetzt nicht wirklich eingepackt, wir haben gesagt Zeitungspapier, ich habe Ceva-Rolle genommen. Und, äh, total süß, da guckt mir so Augen an so Wind und das ist so süß. Schaut mal hier. Oh, achso, das ist damit festgebracht. Ja gut, machen wir gleich. Und, was ist das? Hä? Wachsentferner? Entfernt Wachsrückstände auf der PKW-Scheidung. Entschuldigung. Äh, okay. Ähm, ja. Ich bin ja, muss dazu sagen, mein Auto, ich wasche das ja nie selber. Achso, das kann man von innen oder so, oder was? Können wir haben, das sind auf jeden Fall sowas. Das hier so Tücher, um die Scheibe vom Auto zu reinigen. Wir sind ja immer gespannt. Okay. Du bist bekloppt. Ähm, natürlich verlinke ich euch den Kanal und das Video von der, also den Kanal, sagen wir mal so, von der Christina in der Infobox. Peel-Off-Maske von Schebens. Hab immer so ein bisschen Angst vor Peel-Off-Masken, aber ich hab das letzte Mal eine von Montagne Jeunesse genommen und die ließ sich quasi alleine abziehen. Ich hab nur unten schon den Mund so bewegt und dann ging die schon ab und dann konnte ich nur noch ziehen. Manche Peel-Off-Masken von Balea, glaube ich, war das mal. Die hab ich mal benutzt und das tat voll weh. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, und da bin ich immer vorsichtig, aber ich werd sie auf jeden Fall ausprobieren. Mhm. So, jetzt geht's los. Seht ihr, hier sind erstmal Wimpern dran. Süß. Auf jeden Fall sehr cool. Und dann schauen wir mal. So, jetzt kommt das erste zum Vorschein und zwar ist das, oh, das ist cool, von VelaFlex ein langanhaltig Glätte- und Glanz, äh Glättungsbalm. Sowas benutze ich ja total gerne für meine Locken, um sie zu entfriessen. Gut, Locken seht ihr jetzt heute nicht wirklich, aber in den letzten Videos, also ihr kennt mich, ja. Und die, die neu sind, ihr könnt ja mal ein anderes Video klicken, ich hab normalerweise Locken. Und die, so Glättungsbalm nehme ich total gerne, um meine Haare zu, ja, definieren. Weil Glättungsbalm heißt ja nicht unbedingt, dass ich sie danach glätten muss, sondern einfach um meine Locken zu entfriessen. Oh, Gliscour Serum Deep Repair. Für extrem erschöpftes und raues Haar, ohne ausspülen. Sowas mag ich. Du weißt, was ich mag, ja. Sowas hier. Mhm. Ja, sowas ist cool. So, eins ist leer. Schauen wir mal weiter. So, von BB Young her. Hab ich dir das nicht mal geschickt? Ich glaube, das hab ich dir mal geschickt. Kann das sein beim letzten Mal? Waschgel und Augenmake-up-Entferner. Ne, das hab ich dir nicht geschickt. Das war irgendwas anderes. Cool. Da bin ich aber gespannt. Weil Augenmake-up-Entferner unter der Dusche so ist cool. Ja. Das muss ich ausprobieren. Och, wie süß. Was ist das denn? Verliebt sein heißt, seinen Schatz nicht ungeküsst aus dem Haus zu lassen. Das ist ein Duschgel. Schaut mal, wie niedlich. Wie süß. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Aber doch, es riecht schon. Ich kann mittlerweile wieder riechen. Doch, das riecht auch gut. Was ist denn das für ein Duft? Hechenflower. Süß. Ja, da schauen wir mal weiter. Ähm, was ist das hier? Das ist cool. So was hatte ich mal. Das ist auch dieses Hot-Glanz. Das ist halt ein Glättungsbaum, den man aber auch für Glätteisen und so nehmen kann. Ja, cool. Weil da ist halt direkt gleichzeitig auch ein Hitzeschutz drin. So was mag ich auch. Auch wenn ich dann halt Glättungsbaum rein und dann mit meinem Diffusor fülle. Dann hat man auch schöne definierte Locken. Hier sind es noch mal ein paar Wimpern. So. Oh, von Friss Ease. Geil. Ich liebe Friss Ease Produkte. Ja. Hat sich schon für mich gelohnt, das Baguette. Und zwar ist das der Hitzeschutz Spray. Voll cool von Friss Ease. Finde ich geil. Danke. Cool. Verwandelt trockenes, widerspenstiges Haar in perfekte Styles. Geil. Freue ich mich. So. Tal, der noch schön ist. Was haben wir hier? Ich glaube, das ist eine Mascara. Oh, meine Nase. Entschuldigung. Ich bin noch ein bisschen am Hochziehen immer. Oh. Jetzt habe ich dich. Es ist eine Mascara. Plump No Clump. So sieht die aus. Da bin ich aber mal neugierig, wie das Bürstchen aussieht. Es ist ein dickes Bürstchen. Ich bin immer so... Nicht mehr so ganz scharf auf dicke Bürstchen. Aber ich probiere sie natürlich aus, um Gottes Willen. Kennt ihr die? Ich kenne die nicht. Was soll die denn machen? Einfach nur... Mascara für extremes Volumen, ohne die Wimpern zu verklumpen. Gucken wir, ne? Ich werde berichten. Ein kleines Päckchen hier. Ein kleines Päckchen hier. Von Schornel. Was ist das? Eine Gesichtspflege. Zur Minimierung der Poren. Okay. Poren habe ich nämlich hier so. Ich habe nicht viele, aber an der Nase habe ich die. Poren hat natürlich jede Haut. Aber... Was haben wir denn hier Schönes? Das könnte Nagellack sein. Raten ist immer gut. Das mache ich auch mal an Weihnachten. Also meine... Meine Schwester ist immer so sauer, weil ich das immer gut erraten kann. So. Was haben wir denn hier Schönes? Die Marke kenne ich nicht. Ikona Milano. Das ist ein weißer Nagellack. Wenn der deckend ist, darf der bleiben und ein breites Pinselchen. Ansonsten wird der weitergegeben. Weil ich mag überhaupt keine dünnen Pinsel. Es hat einen breiter Pinsel. Sehr gut. Auf dem Augenwinkel wurde die gerade blau. Fand ich voll schön gerade. Ja. Da bin ich immer mal gespannt. Wenn der deckend ist, darf der auch noch bleiben. Cool. Und schnell trockend. Weil ich bin da... Was den Nägel angeht, bin ich immer so ungeduldig. So. Weiter geht's. Das könnte ein Lipgloss sein. Nein. Ist es aber nicht. Es ist ein Tester von der Color Correcting Cream. Okay. So sieht die aus. Die wird mir jetzt zu dunkel sein, aber man könnte die ja theoretisch auch mischen. Ich habe sowieso so eine ganz helle in meinem Project Pen drin. Da könnte ich endlich mal mit sie mischen. Obwohl... Ja doch, die ist schon sehr dunkel. Und sehr, sehr deckend. Krasses Ding. Ja. Ich muss mal ein Taschentuch hier rausholen. Ja. Okay. Da muss ich erstmal ein bisschen googeln, ob die überhaupt für trockene Haut ist. Aber cool. Ich teste sowas ja total gerne. So. Schauen wir mal weiter. Könnte sowas auch sein. Nein. Ein Liquid Blush. Okay. Schaut mal. So. Von Manhattan. Leichtes Liquid Blush für einen Hauch von Farbe mit einem natürlich aussehenden Finich. Eine kleine Menge des Blushes mit den Fingerspitzen auf die Wange auftragen und verblenden. Ja. Sehr cool. Schaut mal. Lässt sich bestimmt auch prima aufbauen. Weil wenn ich jetzt, schaut mal, jetzt ist da nur so ein Hauch Farbe. Wenn ich jetzt noch ein bisschen was drüber gebe vielleicht. Oh, mein Nass, mein Nass. Ja, guckt mal. Wird immer dunkler dann, ne? Ja. Oh. Da fällt schon Papier auf den Boden. So. Weiter geht's. Was haben wir denn noch Schönes? Sowas? Ich glaube, das ist ein... Oh. Okay. Ein Trio Effect Blush. Auch von Manhattan. Ich persönlich mag ja sehr gerne Manhattan Produkte. Und das sieht so aus. Ich glaube, die liebe Christina, die ist immer so eher in die Rosan reingegangen. Ich werde wahrscheinlich eher dieses hier nehmen. So ein Aprikot. Und wenn man vielleicht alles zusammen macht. Ja, alles zusammen. Das ist dann doch mit so Rosa da. Aber das Aprikot, da bin ich gespannt. So. So. Machen wir weiter. Aha. Das ist aus der Fabulous Beauty Gala L.E. Ist hier oben ein Spiegelchen dran. Ist das ein... Highlighting Powder. Und was ist das? Highlighting Powder. Highlighting Powder. Okay. So sieht die Verpackung aus. Finde ich sehr schick. Sehr schick. Ach, das hast du kaum benutzt, so wie es aussieht. Vielleicht einmal. Oh, das ist aber schön. Da ist so ein Puffer dran. Hihi. Und wenn man das sieht. Guckt mal. Seht ihr diesen Highlight? Der ist ja schick. Also ich trage jetzt übrigens Champagner Pops, sonst hätte ich den mir noch aufgetragen. Aber das finde ich ja cool. Voll. Sieht man das? Das ist aber ein geiles Ding. Habe ich gar nicht gesehen. Ja gut, ich bin ja nicht mehr so die L.E. Jägerin. Aber das finde ich cool. Da freue ich mich aber auf. Ich glaube, hier ist noch eine Mascara. Yes. Colossal. Das ist die mit dem Leopardenmuster hier oben. Die hatte ich noch nicht. Und das ist so ein bisschen, was mir gefällt. Das ist so ein geschwungenes. Da bin ich immer gespannt. Also Maybelline Mascaras teste ich immer total gerne, weil die sind ja total immer gehypt. Ich habe auch gerade noch zwei Stück. Das ist einmal die Go Chaotic Mascara von Maybelline. Auch eine gelbe. Und die vielleicht schon Sensational. Und die finde ich nicht so gut. Hm? Ganz komisch. Weiß ja auch nicht warum. So. Weiter. Das ist glaube ich ein Max Factor Blush. So ein Creme Blush. Habe ich nämlich schon. Zwei. Ja. Und. Ne. Das ist das nicht, was ich habe. Ähm. So sehen die nämlich aus. Ich kann euch die mal zeigen. Warte mal. Ich habe nämlich auch. Hier auf Anlieb habe ich nämlich das hier zum Beispiel. Soft Candy. Und ich habe irgendwas noch mit Copper. Ja. Und das hier heißt Soft Morano. Und die sind super diese Blushes. Kann ich nur empfehlen. So. Da schauen wir mal. Oh. Das ist aber eine schöne Farbe. Die gefällt mir sehr. Wirklich. Oh. Schön. Danke Christina. Mhm. So. Weiter. Machen wir nochmal so eine große Sache hier. Sowas. Wellness and Beauty Body Lotion mit Mango und Papaya extrakt. Äh. Trakt. So sieht das aus. Äh. So. So. So Mango auf jeden Fall und Papaya auch. Und so Milch hier kriegt das trotzdem. Oh. Da bin ich überhaupt mal. Da bin ich auch gespannt. Und. So. So. Haben wir hier nochmal so ein größeres Teilchen. von L'Oreal Studio Line. Von L'Oreal Studio Line. Hier so Wave Grating Spray. Das ist auch cool. Ich habe gerade erstmal nachgeguckt, ob das dieses Beach Waves gedöhnt ist, was die Haare austrocknet. Ist es nicht. Das finde ich gut. Weil hier kreiert sanfte Wellen auch auf glattem Haar. Verleiht glamourösen Glanz und unwiderstehliches weiches Haargefühl. Bändig friss und fliegendes Haar. Kein Verhärten, kein Verkleben, kein Beschweren. Super cool. Weiter. Oh. Und noch eine Mascara. Du Mascara-Freaky, du. Äh. Weiß ich schon. Mag ich nicht. Ist nun mal so. Das ist jetzt das erste Produkt, ne. Was ich glaube ich nicht mag. Jaha. Und zwar ist das die I Love Extreme Mascara Waterproof. Die werde ich weitergeben. Aber das macht ja nichts. Hast du die überhaupt schon mal benutzt? Hast du die überhaupt schon mal benutzt? Hier oben das Ding sieht nämlich komplett sauber aus. Und die Bürste ist mir einfach viel zu dick. Ich weiß nicht, warum ich damals die I Love Extreme so sehr geliebt habe. Ähm. Kann ich euch nicht sagen. Die Bürste ist mir einfach zu dick und ich komme dauernd hier oben dran. Aber übrigens, ich habe... Äh. Äh. Geht ja noch. Ich habe nämlich eben ein bisschen gerieben. Naja. Was haben... Oh. Hier oben fehlt noch was. Hier ist noch was drin. Ähm. Glisskur. Ich mag ja sehr gerne Glisskur Styling Produkte, ne. Und auch Pflegeprodukte. Nur die Haarschampus mag ich nicht. Aber ich habe das schon mal ein paar Mal erwähnt, glaube ich. Ultimate Volume Express Mousse Kur. Tägliche Pflege ohne zu beschweren. Für feines, plattes und geschädigtes Haar nehmen wir für mich geschädigt. Weil platt und feines habe ich nicht. Aber das macht nichts. Das schauen wir mal. Das sieht so aus. Sowas in der Richtung hatte ich schon mal. Fand ich auch gut. So. Hier fällt schon was raus. Dann nehmen wir das direkt. Ähm. Und zwar ist das von Aniake. Die... Con... Creme Contour. Anti... Weiß ich nicht was. Äh. Das ist eine Anti-Age-Augencreme. Okay. Cool. Mhm. So. Ähm. Weiß mal weiter. Das wieder Nagellack. Und ich... Habe recht. Und zwar aus der P2 Viva Argentinia LE. Ein super geiles Blau. Gucken, wie der Pinsel ist. Er ist schmal. Manno. Wie gesagt. Ich komme mit kleinen Pinseln nicht klar. Aber egal. Meine Güte. Ähm. Aha. Rival de Loup. Ich bin ja kein Rival de Loup Einkäufer. Ich weiß nicht warum. Ähm. Und zwar ist das hier ein Rouge. Das Soft Caramel. Und zwar sieht das so aus. Schon nett. Schon schön. So. Da schauen wir mal. Wohin. Dann. Oh. Das ist schön. Schaut mal. Da. Äh. Sieht man das? Machen wir noch ein bisschen drauf. Hier. Sieht man das? Ja. Ne? Probieren geht immer studieren. Ne? So. Ich hab jetzt mal gerade Teile. Fand ich auch ganz cool. So. Ähm. Und zwar aus der Manhattan Oktoberfest L.E. Ist das ein Blush. Und zwar heißt das Pink Gaudi. Könnt ihr euch natürlich vorstellen. Knalli Pink. Total Dainy Farbe. Ne? Ne. Tut mir leid. Ist geil. Ohne Scheiß. Voll geil. Aber guckt euch das mal an. Warte. Ich muss noch ein bisschen mehr. Ja. Krass. Ja. Nicht so. Nicht so. Kann man sich nicht so vorstellen bei mir. Was natürlich auch nicht schlimm ist. Aber. Ich hab hier auch so ein Blush. Das hatte ich letztens von der Melanie gekriegt. Dieses Makeup Revolution Blush. Dieses extrem Pinke. Hatte ich ihr geschickt. Ja. So. Dann schauen wir mal weiter. Ein. Ah. Ich glaub. Habe ich den nicht? Wartet mal. Ich glaub. Habe ich den nicht schon. Auf jeden Fall. Wenn. Dann ist der voll geil. Und zwar ist das. Ein. Traded Up Contour & Glide Lip Liner. Und ich meine. Genau diese Farbe habe ich sogar schon. Ich meine ja. Und die ist so geil. Ich liebe diese Farbe. Das ist so ein Ziegelsteinrot. Das ist die Nummer 20. Super geil. Danke. Da freue ich mich voll drauf. Voll cool. Und hier ist noch ein Stift. Kaya Lip Liner. Weiß ich nicht. Ein. Kajal von Essence. Diese 2 in 1. Oh Gott. Die sind schon ewig alt. Die ist schon. Boah. Die kenne ich nämlich auch noch. Aha. Die Farbe ist gar nicht so schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Schaut mal. Die beiden blauen hier. Das ist die Farbe. Ja gut. Könnt ihr ja hier nicht mehr kaufen. Aber die heißt. Blue and me. So. Was ist das Kleines hier? Ist da noch was drin? Also ist zwar eingepackt. Aber was ist das? Ach. Ein Pinselchen. Was ist das für ein Pinsel? Keine Ahnung. So. Nehmen wir es mal da hin. Ein Creme Blush. Creme to Powder Blush. Aha. Aus der Guellar Gardening LE von Essence. Das heißt Floral Glam. So sieht das aus. Magst du entweder auch Creme Blushes, Christina? Dass du dir die immer so kaufst? Das ist auch ein geiles Blush. Und ja. Erst cremig und dann verwandelt sich das schon so ein bisschen Puderartig. Und das ist da. Da muss ich probieren, ob das fleckig bei mir wird. Weil der Auftrag war schon so leicht fleckig. Och man. Die Taschentücher. Noch ein großes Produkt. Aha. Und zwar ist das ein Trockenshampoo von Aussie. Ich benutze ja kein Trockenshampoo. Macht ja nichts. Kann ich weitergeben. Das ist das hier. Das ist was schweres. Das könnte so ein Flüssig-Highlighter oder Rouge oder sowas sein. Oder ein Nagellack. Ja. Ein Nagellack von Catrice. Die Farbe ist geil. Das ist ein ganz dunkles Braun mit so einem Lila-Rot-Einschlag. Und zwar heißt der Vino Tinto. So sieht der aus. Breites Pinsel schon. Juppi. Hier haben wir glaube ich noch ein Nagellack. Hm. Nicht so meins. Aber ist... Oh Gott. Es macht ja nichts. Ich bin einfach nur ehrlich. Dass ich das direkt sage. Und zwar halten die bei mir auch nur einen Tag. Das kommt wahrscheinlich noch mit dazu. Diese Essence Color & Go Nagellacke. In so einem krassen Silber. Was eigentlich geil ist. Aber äh. Ich probiere den vielleicht einmal aus. Oder so. Aber ich mag auch keine Metallic-Dinger. Aber irgendwie hat der trotzdem was. Auf so einem Festival oder so. So. Was haben wir hier noch Schönes? Aha. Wieder von Rival de Loup. Und zwar ein Highlighter. Oh. Äh. Setz rosige Akzente auf Gesicht und Dekolleté für ein strahlendes Aussehen. Nun benutze ich ja keinen Highlighter auf dem Dekolleté. Sollte ich vielleicht mal machen. Für die Möppis. So. Schaut das gute Stück aus. Und da schauen wir mal ob das ein guter Highlighter ist. Ist das ein Highlighter oder das ist ein Rouge? Für mich ist das ein Rouge für ganz helle Häutchen. Highlighter ist das nicht. Das ist kein Highlighter. No, no, no. Das ist kein Highlighter. Und als Rouge geht er bei mir voll unter. Deswegen hast du den bestimmt abgegeben. Weil er bei dir bestimmt auch untergeht. P2 LE Nagellack. The future is mine. Die Farbe 030 Polar Light. Ich mag die Verpackung. Weil das Ding oben ist türkisblau. Voll geil. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Ich habe jetzt kein normales. Aber die Farbe, die ist auch cool. Wie gesagt, ich mag es nicht metallic, aber die hat es irgendwie. Das ist ein Himmelblau mit türkis und lila Schimmer drin. Der changiert total schön. Also. Achso. Gucken auf Pinsel. Gucken auf Pinsel. Yes. Das ist geil. Vielleicht fange ich ja tatsächlich auch noch irgendwann an, Metallic Nagellack zu mögen. So. Oho. 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 Was ist das denn? Was ist das? Ah. Von Grimas. Von Grimas ein Eyeshadow. Oder Rouge. Grimas ist ja so eine Firma, die hole ich total gerne. Wenn ich so Halloween-Masken so machen möchte. Und das ist jetzt so ein Weiß. Und Grimas ist dafür bekannt, dass sie halt wirklich sehr deckende Sachen hat. Und hier. Schon. Schon geil. Muss man sagen. Kann man zum Beispiel auch geil nehmen, wenn ihr so Tutorials macht. Oder generell Make-Ups. Und ihr wollt das ganze Gesicht weiß haben. Kann man gut für sowas benutzen. So. Wort ist das. Das ist auf jeden Fall ein Lippenstift. Oh. Aus dieser 50's Girls Reloaded Essence LE. Und zwar heißt der 01 Back to the 50's. Das sind diese MAC-Verpackungen schon fast. Der Lippenstift sieht so aus. Schon schön. Jaha. Gefällt mir. Wieder ein Metal-Nagellack. Und zwar aus der Essens-Reihe. Metal Glam-Reihe. Weiß ich nicht. So schaut er aus. Gold Digger. Erinnert mich so ein bisschen. Ich hab das jetzt einfach mal aus so einem Papier hier aufgetragen. Erinnert mich an einen, der war mal in einer SIL-E. Cool. Na gut. Dann muss ich auch mal schauen. Das sieht so von der Form aus wie ein Catrice-Lippenstift. Ist es aber nicht. Das ist, glaube ich, einer von Trended Up. Mein erster Trended Up Lippenstift. In der Farbe 30 matt. Und... Schön. Er ist schön, aber nichts für mich. Ein rosa. Ja, wie gesagt, 30 matt. Die haben ja keine Namen. Wo war das denn hin? Mal einfach über das andere. Obwohl der echt geil ist, aber... Oh Gott. Nichts für mich. Ja, da oben hin. So. Was haben wir denn noch Schönes? Das ist echt immer wie Weihnachten. Wie so eine kleine Wundertüte. Gibt es irgendwas für die Augenbrauen? So. Ja. Eyebrow Filler von Catrice. Perfecting and Shaping Gel. Aha. Da sind ja so kleine Fasern drin. Ihr wart auf einmal weg. Ich weiß nicht warum. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Habt ihr gerade noch... Was hatte ich gerade gezeigt? Den kleinen Nagellack? Habt ihr den noch gesehen? Na ja gut. Ich habe auf jeden Fall ein Trio von Boulevard Cosmetics. Da... Ich muss echt gucken. Die kann ich euch alle dreimal swatchen. Eins, zwei... Das Matte ist sehr schlecht pigmentiert. Ah. Ah. Hier unten. Ah. So. Ich hasse es mich mit so Lidschatten abzumüllen. Versteht ihr euch? Man hat halt viele gute Lidschatten Paletten mittlerweile. Das dann halt so... Die, die weniger gut sind, dann schnell aussortiert. Ne. Und ich bin da rio ros. So. Das letzte Produkt. Kann ein Lippenstift sein. Ist ein Lippenstift. Oh. Von Manhattan die neue Reihe. Oh. Ich sehe schon. Das ist eine geile Farbe. Wollte ich mir eh mal einen von holen. Ich habe jetzt die Farbe 660 Byte My Lips. Ein dunkles Rot. Und... Bleib an Kamera. Geil. Ja. Den machen wir doch direkt mal. Das Modestinfizieren. Hier. Dafür nehme ich mal so ein Hankey. Jetzt nehme ich das von, ähm... Soap and Glory. Ne. Da habe ich gerade die Nase mit geputzt. Und zwar. Ich mache das mal. Das kann ich euch erst mal zeigen. Taschentuch oder Kosmetiktuch. Da macht ihr so einen kleinen Tropfen von, äh... Von eurem Handgel oder Desinfektionsmittel eurer Wahl. Und dann gehe ich mit dem Lippenstift da rein. Drehe und wende ihn. Lass es kurz ein bisschen einwirken. Oh, dieses Handgel, das riecht so gut. Das riecht halt wirklich total nach Soap and Glory. So. Und dann wird's abgeputzt. So. Wieder drumherum. So. Uh. Ja. Blick auf den Boden. Äh... Jetzt nehmen wir uns mal... Ich brauche einen Spiegel. Spiegel, Spiegel an der Wand. Wer ist das Schönste im ganzen Land? Schön, ne? Schön auf den Zähnen. Sehr schön, oder? Ein Very Pretty. Ein sehr schöner... Äh... Ein Hackelack wollte ich schon sagen. Lippenstift. Sehr cool. Gefällt mir. Cool. So. Das ist meine Ausbeute vom Trauschpaket. Super geile Sachen. Ich freue mich riesig, die Sachen auszuprobieren. Einen habe ich ja jetzt schon drauf. Freue mich voll. Ähm... Danke, Christina. Muss ich sagen. Fand ich wieder mal toll mit dir zu tauschen. Und ähm... Ich bin gespannt, wie deine Reaktion auf meine Produkte ist. Ich hoffe, es war wenigstens so ein bisschen was dabei. Ähm... Ja. Wie gesagt, ein paar Sachen sind nicht so mein Fall. Aber das ist nun mal immer so. Man kann es nicht immer bis auf den letzten Teil treffen. Ist nun mal so. Ähm... Ja. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und vielleicht Daumen hoch. Daumen runter. Oder ein Kommentar. Kommentare sind mir am liebsten. Schreibt mir mal, ob ihr was davon habt. Und wie ihr damit zurechtkommt. Das würde mich natürlich interessieren. Ähm... Ja. Okay. Und besucht auf jeden Fall Christina's Kanal. Ne? Okay. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.